Ich bin der Peter. Hier gibt es gerade keine Musik mehr. Klingt komisch, ist aber so. Naja, blöd sein. Heute erkläre ich Pubertät. Ich bin's wieder, der Peter. Und die da, die kennt ihr alle, das ist die Mathilde. Die sieht ganz flieb und knuddelig aus. Ist aber nicht. Sie ist ein versautes Schwein. Und warum das ist, soll ich euch jetzt erklären. Die ist nämlich in der Pubertät. Normalerweise sind Kinder immer süß und niedlich. Da freuen sich die Eltern. Wenn sie aber in die Pubertät kommen, dann sind sie nicht mehr so niedlich, aber auch nervig und verpickelt. Klingt komisch, ist aber so. Die Mathilde, die ist mittlerweile 16 Jahre alt. Und wenn man so ein richtig pubertierendes Girl geworden ist, wenn man so ein blödes pubertierendes Girls, dann haben wir natürlich auch viele Verehrer. Auch wenn man so verpickelt ist. Macht aber nichts. Die Jungs sind nämlich da draußen verpickelt. Dann macht das keinem mehr was aus.